This could be us, so back to what I was saying This could be us, take us Ja und damit ein großes Hallo und herzlich willkommen meine lieben Zockerfreunde Habt ihr Bock 1,5 Millionen Dollar zu bekommen hier auf Server 2? Ja, wenn ihr Bock habt, dann kommt zur Ölquelle Nummer 6 oder Unternehmen 91 besser gesagt Da habt ihr die Chance auf 1,5 Millionen Dollar oder 500.000 Dollar Was müsst ihr dafür machen? Ja, jede Woche veröffentlichen wir im D-Funk, was wir von euch haben wollen Kerosin, Diesel oder Benzin Diese Woche zum Beispiel ist es Kerosin, was wir haben wollen Und zwar um 1,5 Millionen Dollar zu bekommen, braucht ihr oder müsst ihr 10.000 Fässer Kerosin zapfen Für 500.000, 5.000 Fässer Kerosin Das macht ihr hier, wie gesagt, an der Ölstation Nummer 91 Und dann, wenn ihr die bis heute, ja heute wird es relativ schwierig Aber zum Beispiel nächste Woche kann es zum Beispiel Benzin sein, was wir von euch haben wollen Oder Diesel oder sogar nochmal Kerosin Also das ist immer wochenabhängig, da wechseln wir sozusagen Dann habt ihr Zeit bis Sonntag, jeden Sonntag um 18 Uhr dann das Geld abzuholen Wir sagen euch dann im D-Funk Bescheid, wo wir uns befinden Dann bringt ihr die 10.000 Fässer zu uns Und dann kriegt ihr die 1,5 Millionen Oder wenn ihr 5.000 Fässer vorbeibringt, die 500.000 Dollar Ja, ansonsten veröffentlichen wir immer regelmäßig im D-Funk Also wir machen auch im D-Funk generell immer Werbung Über unser Gewinnspiel Oben im Chat findet ihr das ebenfalls ab und zu Dass wir halt dieses Gewinnspiel machen Ich habe alles auch nochmal in die Videobeschreibung gepackt Wenn ihr Fragen habt, dann einfach in den Chat schreiben Ja, die Ölstation hier oben ist es Also wie gesagt, wenn ihr Unternehmen Also euer Handy öffnet Dann auf das Navigationssymbol Suche ein Unternehmen nach Nummern Und die 91 eingibt Dann landet ihr genau hier Ja, wie gesagt, das ist Server 2 Das Ganze Und ja, wenn ihr Fragen habt Gerne in die Kommentare schreiben Ansonsten ein Like und ein Abo da lassen Und wir sehen uns dann mit dem nächsten Video Oder nächsten Livestream wieder Also Leute, bis dahin und ciao